Unser Marketing-Team hat in den letzten sieben Tagen unglaublich Gas gegeben und hat den Mobile-Funnel optimiert und in einer zweiten Version online gestellt. Also komplett mit neun Videos, wie dein Umfrage-Funnel, der stark Mobile, optimiert ist. Nicht so SSD-lastig. Also Dennis, vielleicht gehst du mal ganz kurz auf den Funnel drauf, wenn du den Bildschirm übernehmen kannst. Weil ihr werdet gleich wieder sehen, es ist nicht so SSD-lastig, dass gleich eben das SSD-Logo in der Webseite sichtbar ist, sondern nur noch mal kurz auch da zum Hinweis. Also unter Marketing habt ihr euren Ref-Link, den ihr einfach kopiert und dann könnt ihr auf der Social Swap-Info-Seite unter dem Tab Referral hier euren Ref-Link eingeben und sieht dann die verschiedenen Funnel. Und der letzte Funnel, das ist der Crypt-West-Funnel. Wenn ich da noch neu lade, dann sieht man es auch. Crypt-West-Funnel und der führt dann quasi hier hin. Ganz wichtig, ihr habt ja auch euren Personal-QR-Code, den ihr seht, habe ich euch ja schon mal erzählt. Ja, ich fotografiere mir diesen QR-Code ab auf dem Handy, speichere mir das Bild in den Favoriten. Und wenn ich mal mit jemandem spreche, fragt mich, hey, was machst du denn? Dann halte ich ihm diesen QR-Code hin. Der zückt sein Handy, scannt diesen QR-Code und kommt direkt auf diesen Funnel dann. In dem Fall jetzt hier diesen Crypt-West-Funnel, wo es darum geht, wie du deine Kryptowährung für dich arbeiten lassen kannst. Und dann klickt man auf den Button und beantwortet einfach ein paar Fragen. Ja, bin ich bereits in Krypto? Ja, nein. Ja, dann lässt du dein Krypto schon arbeiten, wählt man einfach diese Fragen aus, ob man die Vorteile kennt und so weiter und so fort. Und je nachdem, was man hier klickt, bekommt man dann verschiedene Videos. Ja, wir haben hier zum Beispiel ein Einführungsvideo mit dem Bankensystem, Dezentrale Exchange und Liquidity Providing, das Konzept von Social Spot wird erklärt. Und wenn ich dann hier unten draufklicke, ja, wird gefragt, habe ich schon eine Tronlink-Wallet? Also, man wird komplett durchgeführt und wenn man auf Nein klickt, kommt hier auch komplett ein Tutorial, wie man sich bei Binance registriert, wie man ein Tronlink-Wallet registriert, wie man die Tron dahin sendet, wie man die SST kauft, wie man in den Staking-Pool reingeht. Man hat nochmal die PDF-Datei, wo alles Schritt für Schritt erklärt wird. Also, es ist ein wirklich super, super Funnel. Ja, nutzt den einfach. Und wenn ihr Leute kennenlernt, ihr habt euren QR-Code und lasst ihn abscannen. Ja, braucht ihr euch nicht irgendeine Domain mit eurer Adresse merken, sondern einfach diesen QR-Code und die Leute gehen dann da durch. Also, es ist sehr, sehr cool und ich denke, da werden wir auch ein bisschen Resonanz haben und wir haben ja gleich noch ein bisschen mehr Funnel-mäßig am Start, ne? Absolut, aber Dennis, überlegen wir, was hätten wir in den letzten 10 Jahren gegeben, wenn jedes Projekt so ein Funnel geboten hätte, wo wir Teil davon waren oder wo wir Marketing dafür gemacht haben. Freunde, nutzt diese Marketing-Instrumente. Die sind auch nicht günstig. Wir bezahlen da auch Vollprofis dafür, dass sie die Videos konzipieren, dass sie das auch shareable machen. Das wird alles programmiert, dass es wirklich jeder mit seinem eigenen Ref-Link verwenden kann. Die Besonderheit an diesem Funnel ist eben, dass nicht Social Swap Info heißt, wo eigentlich schon relativ schnell die Enttarnung stattfindet. Wisst ihr, was ich meine? Das ist noch ein bisschen, sage ich mal, geheimnisvoller, wo ihr wirklich zuerst mal eine Umfrage durchmachen müsst oder wo die Interessenten eine Umfrage durchmachen müssen, etc. Aber natürlich, der über euren Ref-Link dann in dem Geschäft einsteigt und wo ihr dann eben eine Provision bekommt. Und wo ihr dann eben eine Provision bekommt.